Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zu einem neuen Display mit Civilization 5 Brave New World. Dieses Mal werden wir wie angekündigt mit Carthago spielen, mit Dido als Anführerin. Hier seht ihr das Carthagische Reich um den Beginn des Zweiten Punischen Krieges, 218 vor Beginn unserer Zeitrechnung. Ich werde in den ersten Folgen nichts zur Geschichte Carthagos erzählen, da hole ich mir Verstärkung in den nächsten Folgen von einem ausgewiesenen Experten auf diesem Feld. Der kann das viel besser erklären als ich. Ich weiß nur, Dido gilt so mehr oder weniger als die Begründerin Carthagos. Hier ist Carthago die Stadt auch, dann kamen die Punischen Kriege gegen Rom. Wer da gewonnen hat? Mal gucken. Unsere Spezialfähigkeiten sind der afrikanische Waldelefant. So viel kann ich sagen. Die haben sich in Afrika praktisch gezähmt, sind hier rüber, über die Alpen. Und weil sie über die Alpen gegangen sind, da im Zweiten Punischen Krieg, können wir auch nach dem ersten großen General Gebirge überqueren. Hm, aber endet ein Zug im Gebirge, bringt das 50 Trefferpunkte Schaden. Das haben sie sehr schön gelöst, wie ich finde. Und alle Küstenstädte bekommen einen kostenlosen Hafen. Davon werden wir Gebrauch machen. Ich habe mir mal die Karte Mittelmeer angeschaut. Ist ganz okay, ja, aber sie ist mir viel zu groß. Denn die Kartengröße groß mit 10 Spielern. Da würde das Let's Play 70, 80 Folgen dauern, wenn ihr mich fragen, das ist... Wenn wir auf einen Sterblicher spielen wollen, ist das einfach zu groß. Da habe ich zumindest keine Chance zu gewinnen. Das müssen dann andere übernehmen. Deswegen würde ich sagen, wir spielen wieder auf Fraktal mit der üblichen Kartengröße. Die ist überschaubar. Da kann man auf einen Sterblicher gewinnen. Wir haben es ja schon vorgemacht. Wir haben es ja schon vorgemacht, ne? Und, ja, welche Siegstrategie wählen wir denn? Ich weiß es gar nicht. Zeit wird eh nie passieren. Ja, genau. Viele sagen ja immer im Livestream, mach Zeit raus. Es wird nicht passieren, dass wir bis 2050 spielen. Genauso, wenn ich mit der Wissenschaft. Da muss, also, auf dem Schwierigkeitsgrad ist es so, dass um 1950 die meisten Computergegner schon mehr oder weniger dabei sind, die Raumschiffe fertig zu bauen. Und wir das einfach nicht leisten können. Deswegen ist Wissenschaft dann nur eine Option, wenn man eh schon so stark ist, dass man die anderen Zivilisationen auch zerstören könnte. Aber genug. Ja, ich meine, auf, äh, hier, momentan ist es so, es ist noch nicht geupdatet worden. Ich habe gelesen, dass es geupdatet werden soll. Momentan ist es so, dass Diplomatie die am einfachsten zu erreichende, am einfachsten zu erreichende Siegtyp ist. Diplomatie mit eben, äh, jedem mehr Geld verdienen, Stadtstaaten, Gefüge gemacht, Gefüge gemacht, um dann schon relativ früh, ich glaube, der Moderne, ja, ähm, die eine Weltherrscher wählen lassen zu können. Kultur, mache ich auch mal. Ich werde mit Brasilien auf jeden Fall mal, äh, einen Kultur-Let's Play machen. Vielleicht schon nach diesem hier. Ähm, ja, aber höchstwahrscheinlich ist es Herrschaft oder Diplomatie. Mir steht der Sinn mal wieder nach Herrschaft. Wir haben es ja mit Polynesien probiert. Nicht nur Polynesien mit den Shoshonen probiert, letztes Mal. Ob das geklappt hat oder nicht, möchte ich hier nicht verraten. Vielleicht gibt es ja noch welche, die das letztes Mal nicht gesehen haben. Aber, ja, doch, Herrschaft, genau. Ähm, schneller Kampf am Anfang aus. Die Schnellfahrbewegung lasse ich drin. Und Kartentyp Fraktal. Jetzt ist natürlich die Frage, Fraktal. Ja, doch, 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 das geht zusammen. Wir haben überall einen Hafen. Das bedeutet, unsere Städte sind super, ja. Und wenn wir mal schauen, wir haben nämlich auch die Kinkareme, 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 Kinkareme als Spezialeinheit. Die ersetzt die Triere. Da haben wir früh schon die Möglichkeit, ja, uns da einen Vorteil zu verschaffen. Ne? Dann würde ich sagen, starten wir mal das Spiel. Ich bin kurz ruhig und wir hören uns an, was der Sprecher über Dido so zu sagen hat. Seid gesegnet und gegrüßt, verehrte Königin Dido, Gründerin des legendären Königreiches Kartago. Wie es der große Dichter Vergil niederschrieb, wurde euer Gemahl Akerbas ermordet von eurem eigenen Bruder, König Pygmalion von Tyros, der daraufhin die Schätze des Akerbas für sich beanspruchte, die rechtmäßig die euren waren. Da ihr fürchtetet, wie weit euer Bruder diese großen Reichtümer verfolgen würde, seid ihr mit euren Landsleuten in neue Gefilde geflohen. Beim Erreichen der Küste Nordafrikas habt ihr den dortigen König durch die einfache Manipulation einer Stierhaut getäuscht und ein großes Gebiet als eure neue Heimat ausgelegt, das zukünftige Königreich Kartago. Kluge und wissbegierige Dido, die Welt sehnt sich nach einer Herrscherin, die sie mit brillanter Intuition und List vor dem drohenden Sturm schützt. Könnt ihr das Volk zu einem neuen Königreich machen, das dem einst mächtigen Kartago gleichkommt? Könnt ihr eine Zivilisation errichten, die die Zeit überdauern wird? Ich glaube, er spricht das jedes Mal für jedes Reich neu ein, diesen Satz. Deswegen kann man vorher nie genau wissen, wie er es diesmal betut. Phönizisches Erbe. Alle Küstenstädte bekommen einen kostenlosen Hafen. Von Anfang an! Wir müssen den Hafen noch nicht mal erforscht haben, und wir bekommen einen Hafen. Das ist übelst overpowered am Anfang, denn jede Stadt, die mehr gründen werden, wird an der Küste sein, gerade bei Fraktal. Und sie sind sofort verbunden miteinander, was uns Geld bringt. Und wir brauchen keine Straßen bauen dafür, was uns Geld spart. Und, ja gut, für Militärbewegungen könnten wir natürlich Straßen brauchen, aber wenn wir ja Fraktal spielen, können wir eventuell komplett auf Straßen verzichten und Inua-Sieg-Kriege führen. Schauen wir mal, schauen wir mal. Nach dem ersten Großen General können die Einheiten Gebirge überqueren. Sehr schön, hier sind Gebirge, da haben wir schon mal Vorteile. Wir sind hier, das sehe ich jetzt schon, an der Küste. Und in der Entzungen Gebirge, genau, der Waldelefant. Kraftvolle, berittene Einheit im Anfangsstadium des Spiels. Anfällig gegenüber Sperrkämpfern, das ist klar. Nur die Kataka können sie bauen. Diese Einheit hat eine höhere Kampfstärke als der Reiter, den sie ersetzt. Sie ersetzt den Reiter und sie braucht keine Pferde. Sie verängstigt feindliche Einheiten in der Nähe und hilft große Generäle schneller zu produzieren. Ah ja, gut zu wissen. Und die Kin-Kareme, ich nenne es jetzt einfach mal so, in der Hoffnung, dass das stimmt, starke Marineeinheit der Antike, die mit Nahkampfangriffen auf Marineeinheiten und Städte die Meere beherrscht. Nur die Kataka können sie bauen. Okay, also wie gesagt, die ersetzt die Tri-Triere und hat eine Stärke von 13. Das heißt, eigentlich müssten wir früh schon auf Militär gehen. Wenn wir so starke Einheiten haben, dann gehen wir früh auf Militär. Ich habe hier Kataka gegründet, dieses Mal überlege ich gar nicht erst, hier hätte man bauen können, klar, hier hätte man bauen können, klar. Nein, der Computer weiß das am besten. Ich ertraue ihm. So, ich hätte gerne die ein oder andere alte Ruine gefunden, habe ich aber nicht. Was brauchen wir für Technologien? Ich würde sagen, sofort zum Segeln. Auf dieser Karte ist sofort Segeln einfach ganz dolle wichtig. Wir können hier Fische fischen, das bringt Wachstum. Wir verzichten erstmal auf die Luxusgüter, die uns hier frei geboten werden, um schneller segeln zu können. Dann, Speer, jetzt ist die Frage, wie groß ist unser Kontinent? Brauchen wir wirklich eine Speer? Ja. Wir brauchen diesen Speer auch im Hinblick darauf, dass er bald wassern kann und dann umliegende Inseln sofort hier oben zum Stadtstaat. Das sehe ich doch sofort, dass da ein Stadtstaat ist. Bratislava. Der ist sehr nah an uns dran. Der ist sehr nah an uns dran. Kann ich mir vorstellen, dass er bald noch näher an uns dran sein wird? Nämlich mitten in unserem Reich. So. Oh, gleich zwei. Erst die hier. Würde mich nicht wundern, wenn jetzt jemand kommt und uns beide irgendwie wegschnappt. So, dann haben wir... Oh, fortschrittliche Waffen. Sehr gut. Ich bin ja nicht so fern von, aber viele von euch sagen ja. Das ist super. Jetzt hoffen wir, dass... Ah ja, sehr gut. Wir dann in der nächsten Runde schon ihn hier erreichen. Bevor irgendjemand anders auf die Idee kommt, das zu machen. Und geschafft. 75 Gold. Sehr schön. Hier oben scheint die Welt aufzuhören. Was ist denn das für ein seltsames... Ein Berg. Das ist doch kein Berg. Das ist ein Grafikfehler. Kann es sein, dass hier dann irgendwie, weißt du, ein Naturwunder oder so ist? Wir können keine Berge überqueren, ne? Hm. Seltsam. Nach dem Speer kommt das Monument. Das ist bei mir so. Das wird sich so schnell auch nicht ändern. Ich mag Dinge, die anders sind, nicht. Also nicht, äh... Ich mag keine verschiedenen Abläufe. Dinge? Dinge, die anders sind, die mag ich. Noch eine Ruine. Haha. Jetzt läuft's aber. Sag mal, hab ich klein eingestellt? Das kommt mir hier sehr groß vor. Und vor allem ist die nächste Zivilisation anscheinend meilenweit weg. Die Keramik, die kennen wir. Wir finden eine grob gezeichnete Karte der Umgebung, nur um zu sehen, dass der Ozean weit ist und nichts für uns bereithält. Hallo, Mombasa! Schön, euch zu treffen und so wie es aussieht. Hm. Ich würd sagen, dass die Küste hier so ist. Würde ich es einfach mal behaupten wollen. Wir gehen einfach mal auf diesen Berg für eine Runde und wissen uns da bestätigt. Hoffen nicht angegriffen zu werden. Das heißt, wenn, das ist kein Weltuntergang. Hier haben wir nur die... Oh, wir können diesen Berg mitnehmen. Entdecken noch einen Barbaren... Also noch ein Barbarenlager. Hier unten scheint die Welt auch schon aufzuhören mit der Tundra. Oh, hier haben wir vielleicht eine Möglichkeit. Nur gehen in den Wald und erforschen weiter. Wir lassen uns da auf keinen Kampf ein. Hey, hey, hey! Hey, hey! Das scheint unser Kontinent zu sein und wir sind alleine. Das heißt, so schnell gibt es erstmal keine Eroberung. Außer Stadtstaaten ist da nichts, was wir eventuell erobern könnten. T-ts-ts-t-t-t-t-t-t-t-t. Da schau her. Brüssel. Das sind wir auch die Ersten. Wir sind alleine auf diesem Kontinent. Ja, der nimmt jetzt Zeit, dass wir die erste King-Karin bauen. Arbeitsboot. Frachter. Frachter können wir auch schon bauen. Wir gehen mal nach Brüssel, äh, weiß ich, was es gerade anbietet. Und... sind rechtzeitig hier, um Katargo verteidigen zu können. Bautrupp, äh, Bautrupp, 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 ja, Schrein, hm, wir haben drei, hm, 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 bitte, 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 ist so, äh, ich werde auf jeden Fall Unabhängigkeit nehmen und schnell die Staatsbürgerschaft einführen, um meinen Bauarbeiter zu bekommen und auch 25% Bonus für Bauarbeiter. Ja, jetzt die Frage, wenn wir jetzt den Bautrupp ausbilden sollten, kann es gut sein, ja, dass wir so ungefähr gleichzeitig dann die Staatsbürgerschaft einführen und dann zwei Bautrupps haben. Der Schrein würde uns früh Glauben bringen und da wüsste ich gar nicht, wo, wo, was nehmen, nehmen wir dann, wir haben ja nichts, wir können irgendwas mit Wasser nehmen, da gibt es doch bestimmt Dinge mit Wasser, ne, Glaubenssätze, Weltreligion, können wir die Glaubenssätze uns anschauen, ne, ist egal, wir nehmen da was mit Wasser, wir nehmen den Schrein, der Schrein ist gut, hm, 200 Gold, können wir da schon was bauen, ich glaube nicht, sehr schön, der Berg hat uns beschützt, so, wir trinken weiter an das Gebiet von Brüssel ein, da lassen wir es nicht aufhalten, und ihn schaffen wir mit dem Speer, Speer, nicht mit dem Speer, sehr gut, nächste Runde, äh, Militär, ja, wir brauchen es eigentlich nicht Militär, wir sollten uns überlegen, ich kann mir, ich kann mir vorstellen, es doch nicht auf Eroberungen zu gehen, sondern tatsächlich hier auf unserem Kontinent die größte und stärkste Zivilisation zu errichten, die je die Menschheit gesehen hat. Im Moment haben wir 32 Punkte, der für 176 Punkte, liegt einfach am Schwierigkeitsgrad, der Computer bekommt jede Menge Boni hier am Anfang, ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut, der Computer bekommt jede Menge Boni am Anfang, auf und sterblich, das sind das, glaube ich, zu Beginn mit einem Siedler, mit einem Speer, mit zwei Militäreinheiten, oh, nicht so gut, da müssen wir uns was überlegen, dann greift man nochmal an, oh, es bekommt Brüssel den Killshot bestimmt, und wir und sie, hm, ah, das überlege ich gleich, erstmal führen wir die Unabhängigkeit ein, okay, bei Speer nehme ich normalerweise gerne die Sichtweite, denn seine Aufgabe ist es ja zu spähen, und da bringt Sichtweite sehr viel, andererseits ist ja Survivalismus nicht verkehrt, andererseits ist dieser Speer, der spielt nicht mehr viel, ne, der spielt nicht mehr viel in seinem Leben, Verteidigung, ich weiß, er spielt nicht mehr viel, wie ich es gerade gesagt habe, aber ich will ihn dann doch gerne hier behalten, soll er ein bisschen heilen, tatsächlich, hm, wir warten noch, bis wir uns entscheiden, was er bekommt, und er bekommt unwegsames Gelände, ein Bonus für unwegsames Gelände, da kann man nicht viel falsch machen mit, wir müssen diese südliche Ecke hier noch erforschen, aber erst schlawenzle ich hier oben noch etwas rum, um die letzten Wolken hier wegzumachen, denn jetzt Nebel, keine Wolken, Segeln, wir haben es geschafft, sehr gut, und ja, nach dem Schrein würde ich sagen, bauen wir ihn gleich, komm, geh nach Katar, geh und heil dort, das geht schneller, äh, genau, nach dem Schrein bauen wir gleich die erste Kinncreme, Frachter bringt uns, Mombasa, wir können Mombasa beliefern mit dem Frachter, das ist okay, das ist mehr als okay, das ist sehr gut, so, Wein, Wein, Edelstein, Bergbau ist mir eigentlich lieber, Wein geht schnell, oder, na, über Keramik, nee, wir nehmen den Bergbau, weil Produktion, ich finde, Produktion ist wichtiger, am Anfang, als das Geld, das passt dann schon, habe ich da eben Elefanten gehört, ja, da ist einer, sehr schön, das Tolle ist auch, dass wir gar kein Elfenbein brauchen, also, beziehungsweise, gar keine Elefanten, um unsere, äh, Spezialeinheit bauen zu können, ja, den afrikanischen Bergelefanten, das geht auch so, dann schauen wir mal, mit wem wir es hier zu tun haben, ach so, eben habe ich noch gesagt, ich will mich darauf nicht einlassen, und jetzt lasse ich mich drauf ein, Uiuiui, Uiuiui, 11 Runden, aber, das ist es mir wert, dann kannst du hier noch erforschen, und gerne dich auch auf den Weg machen, neue Handelspartner zu finden, wir müssen hier weg, 20 Kultur, sehr gut, sehr gut, das bedeutet nämlich, wir können, ach, den hätte ich jetzt schon nehmen können, das ist eine ganz schlimme Angewohnheit von mir, wenn wir das hier, wenn wir durch alte Ruin, mehr Kultur bekommen, als es bis zum nächsten Schritt nötig ist, ja, dann kann man hier einfach draufklicken, sich für eine Sozialpolitik entscheiden, und gut ist, dann muss man nicht warten, bis die nächste Runde kommt, um das, äh, damit das hier angezeigt wird, wir gehen zurück auf den Berg, und, bewegen uns Richtung hier, dann willst du hier erweitern, in sieben Runden, ich würde ja sagen, erweitere doch mal hier, ah, das gibt ja auch, jede Menge Geld, natürlich, äh, Produktion, und Gold, im doppelten Maße, das, äh, gefällt, das gefällt, hier gewinnen wir ganz easy PC, die Frage ist nur, ob wir die, äh, die nächste Runde auch überleben, ja, wenn er hier angreifen sollte, das überleben wir, und so wie es aussieht, ist aber auch kein anderer Baba, in der Nähe, die uns gefährlich werden könnte, dann gehen wir mit dem Speer, mal hier ins Gebirge, Bratislava könnten wir helfen, mit ihm hier, aber die sind in der Lage, sich selbst zu verteidigen, da, brauchen wir uns keine Sorgen machen, und sie treffen nur einen, So. Ja doch, nimm ihn mit. Ich mach mir Sorgen, dass hier jetzt halt auch ein Sperrkämpfer auf uns wartet. Sieht aber nicht so aus. Sehr gut. Ach, Bergbau. Eine Runde noch. Dann ist es soweit. Und dann entdecken wir auch noch den Rest unseres Kontinents, wobei ich gerne noch hier oben vorbeigehen würde. Oh, nice. Das nimmst du mit. Ja. In Civilization 4 war es zumindest so, dass man, früher waren es die Goodie Huts, also die alte Stammesdörfer, heute sind es alte Ruin. Wenn man diese alte Stammesdörfer in Civilization 4 mit einem Speer erforscht hat, hat man ein ganz tolles Zeug bekommen. Und mit dem Krieger konnte es sein, dass sie negativ reagieren. Das dürfte ich aber eigentlich keinen Unterschied machen. Eigentlich. Dürfte. Aber vielleicht bekommt man mit dem Spiel eine neue Technologie und mit dem Sperrkämpfer dann doch nur, was weiß ich. Ja, da sind Barbaren. Das könnte ich mir vorstellen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das Spiel so programmiert ist und wegen hier Forschung, Entwicklung und hier Militär, bla bla bla. Forschung wählen. Ja, komm, lass uns den Kalender nehmen, um die Plantage errichten zu können, um den Wein mitzunehmen. Im nächsten Schritt dann, wir können wir uns ein Arbeitsboot gönnen. Nein, wie teuer ist das denn? Früher war das günstiger. Alles wird teurer. Ich sag's euch. Seitdem ich geh ja hin, nur um ihn zu beschützen, falls er irgendwie blöd angegriffen werden sollte. Seit dem kartagischen Euro ist alles teurer geworden. 70 Gold. Jetzt können wir das Arbeitsboot kaufen. Wobei ich natürlich viel lieber den Frachter hätte. Der kostet aber 480. Ne, lass uns das Arbeitsboot kaufen. Habe ich sie überhaupt auf Kauf geklickt? Lass uns das Arbeitsboot kaufen. Guck mal, die Kinkerrieme ist günstiger als das Arbeitsboot. Lustig. Mehr Wert noch. Oh, 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 oh. Oh, mhm, 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 mhm. Krieger. Ich glaube, wir müssen dann doch Militäreinheit kaufen. Oh, wir können uns nur den Krieger leisten. Aber das ist schon okay. Das ist schon okay. Du musst hier leider weg. Und hier auch. Weil er in zwei Runden hier und hier sein kann. Du kommst zurück. Heilst und schaust, dass er nicht umgebracht wird. Wirst. Kartago kann einen Gegner angreifen. Sehr gut. Und er hat hier zum Glück noch nichts zum Plündern. Das ist doch mal gut. Gut, er. Hält jetzt natürlich den Betrieb ewig auf. Kalender bringt uns noch nichts. Tierzucht haben wir auch noch nicht. Wir können hier anfangen, Bauernhof zu bauen. Dann ist diese Runde nicht komplett für die Katz. Hinkommen kann er nicht, weil er sich zweimal bewegen. Ja, er greift uns eh an. Der Faustkeil ist, äh, für die, die es nicht wissen, eine Fernkampfeinheit, die aber ein Feld neben dem Gegner stehen muss. und ist relativ stark. Und ist relativ stark. Also relativ. Für so eine frühe Einheit. Und da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob wir nicht gerade 200 Gold verschwendet haben. Heiligsblechle. Ich hoffe mal, er flieht. Ne, ne, er ist eine Fernkampfeinheit. Warum soll er fliehen? Hei, 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 hei. Da war ich mal wieder zu voreilig. Zu voreilig, zu unkonzentriert, zu hier kommt man nicht vorbei. Ist mal nicht gut. Okay, wir hoffen, hier vorbeizukommen. Und entscheiden uns. Oh, Frachter. 20 Runden. 10 Runden Arbeitsboot. Also mit Produktion hast du es nicht so Katako, ne? Was machst du? Du produzierst gar nicht. Aha, aha. Dafür müssen wir wachsen. Aha, aha. Auf Gold können wir nicht verzichten. Ne, 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 ne. Mach mal. Ja, wenn er hier weg ist, dann gehst du hoffentlich von alleine wieder auf Produktion. Das wird dann schon. Kornspeicher bringt uns nicht wirklich viel im Moment. Was uns was bringen würde, ist ein Frachter. Ich glaube auch, dass es für den zu früh ist es für ihn zu früh. Expansion. Siedler. Lass uns einen Siedler bauen. Ne, wir warten, bis die Stadt noch ein bisschen mehr. Die Stadt muss wachsen. Die Stadt muss wachsen. Bau den Kornspeicher. Die Stadt muss wachsen. Halt, habe ich nicht gesagt, wir brauchen ein Arbeitsboot? Ja, aber ich hätte es gerne gekauft. Mach ein Arbeitsboot. Du arbeitest hier weiter am Bauernhof. Okay, also er ist tot. Nächste Runde auf jeden Fall. Nur die Frage ist, ob wir es überleben. Nein! Da holt er nochmal aus. So schnell kann man 200 Gold zunichte machen durch ganz blödes Taktieren. Ganz blödes Taktieren. Nun, denn... Da, 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 da. Ähm, zwei Runden noch. Komm, mach die zwei Runden noch und geh dann zu den Edelsteinen. Jetzt bist du schon da. Zacki, zacki. Und ja, das haben wir eigentlich nichts mehr zu tun, außer uns in der nächsten Runde dann für eine neue Sozialpolitik zu entscheiden. Wir gehen hier gerne ein bisschen weiter raus, um noch mehr vom Ozean zu entdecken. Nächste Runde. Und ich glaube, demnächst muss ich auch wieder eine Pause machen, ne? Ich denke schon gar nicht mehr an Folgen, ich denke nur noch an Spielen. Aber zuerst entscheiden wir uns für... Geht's hier weiter? Oh, hier geht's weiter! Vatikanstadt! Das sind wir die ersten, die wir getroffen haben. Da bin ich mal gespannt. Ähm, wir nehmen die Republik, um schneller einen Siedler zu bekommen. Im nächsten Schritt. Und Produktion zu bekommen. Und Produktion ist, was wir brauchen. Dann bedanke ich mich für's Zuschauen und freue mich darauf, euch in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Ich spiele jetzt hier noch, äh, einmal weiter eine Folge. Und in der übernächsten Folge gibt's dann historische Informationen zu Kartago. Bis dann, euer Egon Son.